und herzlich willkommen hier zu einem weiteren video und wie ihr bereits an meinem skin seht habe ich mir den neuen skelett skin gekauft und dazu auch die passende sensor und wollte euch dann das erste mal oder erst mal ein paar schöne replays oder paar schöne matches von mir zeigen hier bin ich direkt am ersten mal pleasant gesprungen habe mir die ersten beiden mit der tag geholt ein bisschen luck mit den headers gehabt davor ein bisschen veraimt aber dann richtig schöne header gedrückt habe dann hier in das nächste haus rein gepusht habe dann auch einen gesehen der heilt sich jetzt da gebe ihm die übelsten header mit der mp und dann bin ich einfach aus park raus und habe schon drei kills dann habe ich da zwei fighten hören bin hier immer noch in der nähe vom park bin dann da einfach mal hingelaufen konnte den relativ gut pushen und bin dann runter gesprungen und dann ist sogar tatsächlich der dritte der vierte kill mit der pump oder der dritte mit der pump mein vierter kill insgesamt dann habe ich hier meinen ersten größeren bau fight natürlich wieder in einem baum ich hasse bau fights in einem baum ist immer schlimmes fuck habe dann hier leider nicht optimal gebaut war da echt keine ahnung irgendwie im publics bau fight sind immer so strange ich kann mir irgendwie nie drauf klar ich werde auch mal falls euch das interessiert ein paar paar richtige bau fights von mir wie ich gegen richtig gute spieler spiele im playcode mal ein video drüber machen finde ich glaube ich mal auch interessant weil dann seht ihr einfach mal was für normales level ich habe und dann manchmal in pubs einfach übelst rein scheiße und ja falls euch mal interessiert schreibt es gerne in die kommentare wollt mich auch noch mal auf jeden fall bedanken dass das letzte video so gut bei euch ankam hatte ich auf jeden fall richtig gefreut und habe mir dafür umso mehr mühe bei dem video gemacht also ich habe da bestimmt vier fünf stunden geschnitten richtig cooles gameplay rausgesucht ich fight hier immer noch mit dem einfach height and seek in publics echt krank habe ihn jetzt aber da gefunden schießt wieder mit der mp auf gebe ihnen wieder ein paar header gebe ihnen da noch mal ein 70er hit mit der pump das war eigentlich ganz gut jetzt will er da reingehen aber eigentlich wirklich ohne viel damage ziemlich gut ziemlich gut gelöst das ganze jetzt habe ich hier unten noch einen weiteren geholt eigentlich wollte ich den suchen habe ihn aber nicht ganz gefunden habe dann meinen ersten pump hips nicht getroffen habe aber danach richtig gut mit der mp getroffen und dann bin ich auch glaube ich kurz danach gestorben war eigentlich richtig unglücklich nächste runde war dann in crazy habe dann den ersten den ersten ziemlich nice geholt der hatte einfach nur außen eine kiste geöffnet hatte minis plus heavy also das war richtig krank was er da hatte bin dann außen den die ganze zeit am jagen gewesen ich habe den wirklich der der ist nur weggerannt von mir der hatte vorher den pömpel ist mit dem pömpel weggerannt dann da mit dem richtig nervig wie ich so leute hasse die mir einfach nicht den viel kill geben sondern erst mal fünf minuten versuchen um ihr leben zu rennen habe ihnen dann aber hier den schönen pump mit der heavy gegeben die ich gerade bekommen habe jetzt fängt hier der nächste an werde gerade gepusht und gerade noch schön am slurp trinken hier habe ich aber schön high count gehabt das ist bei mir momentan immer so ein pups ich weiß nicht wie es bei euch so ist aber ich habe wirklich 99 prozent high count aber ich komme mit dem high count nicht zurecht und das ist auch wieder hier so dieses typliche typische problem was ich im pups habe und warum ich pups eigentlich gar nicht mehr so mag sondern lieber leute habe die sich mit mir um den high count also die wirklich um den high count fighten und nicht einfach so eine scheiße machen habe jetzt aber gesehen dass da noch einer war habe vorher auch auf den geschossen habe den jetzt weggesniped schöner body hit 150 damage der andere ist immer noch unten irgendwo sich am rumgammeln ich bin jetzt auf der suche nach dem verkämmt sich dann natürlich wieder aufs übelste ich weiß nicht genau wo er war kam dann jetzt jetzt aus der unter der brücke hervor habe ich ein bisschen zu spät gegeben sonst hätte ich vielleicht ein pump hit geben können wollte jetzt hier die granaten rein werfen um ihn raus zu locken er versucht aber wieder high count zu holen schafft das allerdings nicht habe ich auch richtig wenig ressourcen nur noch dachte es wäre meine treppe will hier wieder auf jeden fall high count haben er ist aber schon wieder unten habe ich ihn jetzt ganz unten steppen hören also man hört ja mittlerweile die steps auf dem boden ganz gut also wenn jemand ganz unten ist kriegt man das eigentlich relativ gut mit wollte da jetzt wieder mit den granaten versuchen aufzubekommen und dann mit der ar hinterher das hat nicht ganz so gut funktioniert ich hätte glaube ich hier was ein ziemlich guter play gewesen wäre wäre mit der heavy sniper aufschießen weil dann geht ja das gebäude instant kaputt und dann mit der mp oder mit der ar hinterher ich glaube das wäre das beste play in dem moment gewesen aber ansonsten keine ahnung wusste ich dass jetzt bald die zone kommt ich habe mich immer versucht ein bisschen zu bewegen dass ich nicht weggesniped werde und ja es hat dieses typische situation gehe ich runter zu ihm und kriegt damage oder ich brauche heute ein bisschen mehr munition um einmal seine materialien wegzuschießen ich will ihn da jetzt so den header drücken schafft das aber auch nicht weil mein aim wieder on point ist keine ahnung ich glaube noch nicht mal mehr dass mein aim immer scheiße ist sondern dass auch manchmal der plume scheiße ist und ich dann zu sehr den plume ausgleichen möchte und dadurch dann nicht mehr drauf bin ich glaube das ist mein aktuelles problem habe aber jetzt hier ziemlich aggressiv gepusht was ich eigentlich nicht machen wollte und dann habe ich jetzt hier schon wieder vier kills die runde jetzt bin ich hier bin ich ein bisschen gebunnyhopped bin es am ausprobieren werde das auch wahrscheinlich nächstes oder übernächstes video mal vorstellen wie das funktioniert weil das funktioniert mit richtig vielen sachen ich wusste gar nicht dass das so krass ist das war jetzt hier nicht so der gute boy ich hätte hier auch mit der pump schießen müssen gehe jetzt hier zu ihm runter weil ich weiß dass er echt nicht gut war im nachhinein mhhh er hätte mir auch gut lasern können ich versuche das zu vermeiden jetzt runter zu springen und diese aim situation aufkommen zu lassen weil der kann immer mal irgendwie plötzlich den 150er header drücken mit der pump oder auch mal dich mit der mp weg lasern darum versuche ich echt da das momentan sein zu lassen im pubs und das funktioniert eigentlich auch echt gut habe momentan wirklich meine soliden 5 kills pro runde ähm ähm spiele aber momentan gar nicht mehr auf den sieg also wenn ich irgendwie in der top 10 bin und da jemanden sehe dann so ayo yolo pushe ich den halt also spiele nicht mehr so sehr auf sieg habt ihr jetzt so gedacht oh was ja aber was ist das denn für ein süßer boy aber der hat richtig geleckt hier im gameplay hat man das gar nicht so gesehen dass er geleckt hat aber ähm der hat wirklich richtig geleckt so dann hier der nächste baufight in crazy der gegner hat mal high ground das ist ähm das hab ich reingeschnitten weil ich mal ähm weil ich mal zeigen wollte dass ich auch ein low ground warrior bin er hat hier die ganze zeit high ground piekt aber ziemlich kacke raus ihr seht die ganze zeit den kopf und jetzt seht ihr mal wie schnell man dann leute lasern kann auch vom low ground aus das war eigentlich ziemlich nice keyzies generell momentan wieder so eine meiner lieblingsstätte weil ich einfach weiß wo ich hin muss und ähm ja hier dann mir direkt am anfang zwei kills gesnackt äh den ersten jetzt der zweite richtig glücklich da eben am anfang wieder on point und da der header er hat halt einfach mit der pump nicht getroffen darum muss man immer hoch und runter gehen das ist eigentlich immer ziemlich wichtig ähm und äh hier fängt es dann äh an lustig zu werden einfach mit der falle um random spots fallen zu placen ist einfach immer wieder lustig ähm ich hier what the fuck wurde ich richtig komisch getroffen ich weiß nicht ihr könnt mal reinschreiben mit was er mich angeblich getroffen hat ähm es war kein header für ein header war es zu viel damage also ähm AR header war es zu viel äh war es zu äh 4 damage aber irgendwie ähm 90er hit mit noch 90er hit mit der jagdgewehr war es auch nicht dann geht er in mein 1v1 und ja in 1v1 wie frech kann man denn sein immer in die in fremde leute 1v1 ja das hab ich einfach gesagt also ich hab noch nicht mehr gestreamt und hab einfach genau das gleiche gesagt also in 1v1 rein zu springen ist nicht clever boys ähm auch wenn das richtig viele leute in pubs machen und es auch manchmal erfolgreich ist weil die leute einfach damit überfordert sind aber sobald du mal jemanden hast der damit nicht überfordert ist ähm ja äh passiert halt das was da eben gerade passiert ist oder es wird eine falle geplaced und dann ist es relativ easy ich wusste dass er hier eine heavy pump hat äh nicht eine heavy pump sondern die neue pump und bin deshalb ihm aus dem weg gegangen also mindestens ein 1x1 äh abstand weil dadurch macht seine waffe kein damage hier wunderschöner jagdgewehr hit und dann bin ich da auch wieder bei 5 kills wurde dann noch von jemanden anderen angeschossen und das ist momentan auch so nervig also 1v1 ist so selten wie es immer gethird partied ähm als hab ich aber der hat dann versucht mein loot zu zu also er wollte mein loot haben obwohl ich den mit dem jagdgewehr richtig schön getötet habe gebe ihm dann hier die ersten paar schönen hits und dann haben wir hier mal wieder einen äh wie soll ich sagen nicht guten nicht guten baufheit aber in pubs hast du heute keine besseren baufheit hab ihn dann hab ich dann harry pottert aber auch mitbekommen dass er dass er schon wieder unten war er geht dann in die zone wollte da ein bisschen ein bisschen damage machen da wieder easy high count gegettet äh das jetzt jetzt das so so warum hat er sich da harry pottert hätte er sich da nicht harry pottert hätte er von mir den übelsten pump hit bekommen ich hätte wieder hoch gebaut und hätte wieder high count bekommen das war ein bisschen unglücklich und dann fängt es wieder an rum also jetzt bin ich wieder auf der suche zu ihm zu suchen ich weiß nicht genau wo er ist und das halt so nervig wird dann von noch jemanden anderen also quasi der vierte in diesem fight der mich der dann nur auf mich geht das ist halt auch wieder so typisch so als ob die gegner sich immer gegenseitig abschießen ne alle nur auf mich da versucht er mich jetzt runter zu spleaven ich hab ziemlich angst weil ich nicht weiß was wir da alles gebaut haben spring dann komplett runter geh dann jetzt erstmal rein hab ziemlich wenig leben seh da ne truhe will dann medikit oder slurp ich find einfach meine ingame reaktion einfach immer die lustigste weil so bitte 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 ähm genau und äh wir erinnern uns uns ich bin in crazy gelandet und endzone risky wer kennt's nicht äh zonluck easter ähm zum glück äh wenigstens oder äh zum glück wortwitz on point äh wenigstens in der kiste ein bisschen was gehabt der boy der jetzt hier ist den hör ich und jetzt müssen wir wieder helfen ich kenn mich in tomato tempel nicht aus aber wie konnte er diese falle da platzieren wie random kam die denn da hin es war wieder komplett random hab ihn da weiß getroffen wusste dass ich da rumrennen kann ähm dass er wahrscheinlich seine falle ausnutzen möchte und jetzt fängt's dann an warum ich momentan nicht mehr gerne pubs spiele ähm das war so der erste tilt moment den ich hatte ähm mit äh ich weiß nicht also der war wirklich äh ich hab nachher geguckt ich glaub war war ein typ mit irgendwie 40% win ratio im solo also er war schon gut aber ich war in der situation ihm so überlegen die ganze zeit ähm so überlegen hab ihn die ganze zeit ähm gedamaged ich ähm äh er hat nichts getroffen hatte da jetzt ein bisschen glück dass der jump header nicht getroffen hat geh jetzt runter zu ihm und guckt euch das an ein 80er header what das war ein 80er hit never ein 80er hit also das war halt schon wieder komplett lächerlich und hier kommt so der zweite punkt wo ich mir so gedacht habe okay ich hör glaub ich auf mit dem game erstens bin ich ja mit meiner maus an meinem teller hängen geblieben weil ich ja mein ich hab ja schon letztes video gesagt dass ich mit meiner sensi rumgespielt habe ich bin jetzt ein ähm ich hab vorher auf fast 2000 dpi gespielt und bin jetzt bei 1000 dpi also richtig runter gegangen aber da übelst gechockt hab mich die ganze zeit misplayed so da hab ich auf den header gewartet easy getroffen und dann man kennt ihn findet die neue waffe freut sich schon wieder so easy gameplay denkt sich so ein mini geht auf jeden fall da sieht man den sniper schuss rip einfach nur rip wenn ihr das video bis hier hin geguckt habt hoffe ich dass es euch gefallen hat wenn ja dann lasst mir doch auf jeden fall ein like da und wir sehen uns beim nächsten video oder beim nächsten live stream und hier gibt es nochmal zwei videos die ihr euch angucken könnt wenn ihr wollt abonnt tschüss Mit D Bis zum nächsten Mal.